Hey, listen! Und deswegen bin ich auch noch sehr... Kann ich denn hier kein Eid leisten eigentlich bei dem Heini hier? Wie war das nochmal? Wo konnte man denn hier ein Eid leisten? Ähm, was? Wo habe ich jetzt den Eid verhauen, weil jetzt der Dings tot ist? Das weiß ich jetzt auch nicht. Warte mal, habe ich noch den Eid vielleicht noch hier zur Wahl? Nee, habe ich jetzt leider nicht mehr. Ich habe aber herausgefunden, ähm... Warte mal, wie viele... Augen habe ich denn zur Zeit? Von Nito da die Augen... Nicht immerhin schauen... Ja, ich habe mir sehr viele Heimkehrknochen gekauft. Leider hat der eine Heini, wo ich mir die Menschlichkeit gekauft habe, nur begrenzt gehabt. Deswegen konnte ich mir leider nicht alles holen. Ich hatte noch ein paar Menschlichkeiten gehabt, aber er war schon ausverkauft. Auge des Todes, acht Stück. Ich weiß, dass man bei Nito nicht viele Augen braucht. Deswegen überlege ich gerade, ob ich mir noch zwei Augen besorge oder so. Oh, aber die könnte ich ja beim Render machen, das nächste Mal. Augen fahren. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt wieder zum... Anderen Ort. Und das wäre nämlich jetzt... Die Stadt oder Seal. Da gibt es auch noch so die Einwanddinge noch zu machen. Jetzt sehen wir, wenn wir jetzt auch da hingehen. Weil hier war nämlich noch gar nicht weitergegangen. So, ich schaue mich mal ganz kurz hier um. Ich glaube... Ich habe hier auch wieder etwas Voreiliges gemacht und bereue es jetzt. Weil hier... Da konnte man ja auch jemanden ansprechen. Aber leider ist die Person glaube ich jetzt nicht mehr da. Wegen Artorias Seele. Weil die konnte es ja hier die Artorias Seele geben. Was ich aber nicht gemacht habe, weil ich brauch die ja. Aber naja, dann ist es halt so. Ich kann mal nichts, nichts machen. So, ich würde sagen... Ich mache jetzt kurz hier einen Sitzer. Und werde mich jetzt durch die Stadt hier bewegen. Und gucken, was man hier so schönes kriegen kann. Denn hier... Ist auch noch was... Hinten zu suchen. Außer diese hässlichen Viecher hier. Denn wir werden jetzt das... Beenden, was Artorias nicht beenden konnte. Sprich, wir... Werden wohl... Diejenigen sein... Wem sich Artorias... Legende gedreht hat. Was ich persönlich leider schade fand. Obwohl ich Artorias trotzdem sehr respektieren werde in Zukunft. Hier ist eine Abkürzung, die wir jetzt noch nicht nutzen können, weil die deaktiviert ist. So. Muss man euch Eierköppen ein auf die Rübe gehen, weil der mir so auf den Nerv geht. Und jetzt ein Mag... Oh! Ein böser Magier. Alles gut. Wir haben uns unter Kontrolle hier. Oh, warte mal. Jetzt noch einer. Bitter Seele. Das ist eine Scherbe. Ich höre noch mehr von euch Viechern und keine Sorge. Kommt zu euch! Macht euch doch mal keine Sorge. Oh! 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 No! Oh! und hinter und kult ist sie hat aber auch was muss man was sagen ja 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 weiß nicht ob man ja sieht so aus man kann hier hin aber damit warte ich dann glaube ich jetzt noch am weg hoffe ich mal hier lang was ist hier der weg führt er in die andere richtung ist sehr herkommen dann werde ich wenn wir untergehen weiß ich kann wohl so verdacht muss ich wohl mich hier unter plumpsen lassen weiter geht es hier nicht ja hau wieder ab hau wieder ab du mistfee was ist das zweite nicht was zum teufel das hat auf jeden Fall geklopft ich würde ja gerne die tür aufmachen aber ich finde die die tür jetzt gerade nicht danke für die scherbe das ist das wirklich alles sagt ja alles wenn du war du bist Mistvieh Die Thronen, die schon geöffnet sind Das ist doch cool Wir gehen auch auf manche neuen magischen Fähigkeiten Nicht weiter Okay, die Wand sah jetzt so Verführerisch aus Drauf zu hauen Ist eigentlich hier lang Komm ich jetzt Daher oder Was ist das denn Oh Batch Verzeihungsmaske Oh lol Oh lol lol Ah, wartet mal Das ist doch hier Damit kann man jetzt hier Irgendwie Das war ja für der Multiplayer so gedacht Ob man die Dinger nehmen konnte Irgendwie Ja, kannst du immer Was gibt's doch mal machen? Mach mal hier Doch, glaube ich Da, wo ich hinwollte Ne? Drauf, dann kann man Die Neue sehen Dann für den Ritter Gut Dann kann man hier weiter Reisen Einen Schluck Estus Um uns zu erwärmen Lecker Ah, ich bin mir Ganzer Fragen Ob ich hier Wente Doch noch Einen Wo ich mir noch einen Feuerhüter Schnappen sollte Gleich mal Um meine Estus Zu verstärken Ist noch so Die Sache Die mir noch Durch den Kopf Gehen wird Chester Oh Was macht der denn jetzt hier? So, der Typ Der uns hier Sachen verkaufen wollte Komm her Und Bye Chester Ich hab jetzt zwungen Was auch immer Er probiert hat Das hat nicht so Geklappt Ich glaub die Kiste Sieht okay aus Och Ich hab's Ge Oh man Das darf nicht Wahr sein Ich sag doch so Alles okay Und jetzt fall ich da noch drauf rein Wieder Ich Hasse dich Du dämliches Ding Nein Totunfall Sehr gut Maske Warte mal Ob ich die jetzt einmal genutzt habe Ist die jetzt komplett weg Oder Wie hab ich das jetzt Oh ne Die bleibt sogar Sust dich Ja. Alter, wie? Ich hab den Ball für den Reinshot. Ich komm zu dir, keine Sorge. Geh weg. Und jetzt noch tiefer. Ach, höh, er hat tiefer gesagt, höh. Oh Mann, das hängt das schon wieder an. Ich geh nochmal ganz kurz zurück. Ihr könnt auch. Geht runter. Ach, ruhig war. Könnt ihr da runter verplomsten. Dahin, wo ihr herkommt. In der Epis. Ich glaub, ich betreff grad so ein bisschen mit meiner Sicht, weil ich seh jetzt gerade doch nichts Großartiges. Nein. Doch, da hinten. Ah, nee, warte mal, da komm ich doch. Anders werd ich hin. Da muss ich halt noch weiter da irgendwie den Weg. Alles klar. Geh mal da lang. Hier merkt man schon, hier sind wieder die ganzen Überreste vom Epis. Nennt's einfach Epis jetzt einfach. Ich hab vom Abgrundsatz nicht immer so doof an. Die zeig ich jetzt grad erst mal nur Epis. Die hau ich auf den Hintern. Aufs Kreuz. Ach, da kommen noch mehr. Die ganze Bevölkerung ist verseucht. Abfall. Ja, geil. Da braucht ja jeder Abfall. Warum auch nicht. Gibt's ne Menge, wie man sieht. Die alle wollen auf die Fresse kriegen. Können sie gern haben. Wer will ja erste sein. Dann. Dann, 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 dann. wird ja sein können ja noch neue beschleuniger hier ganz vorsichtig hinwanderung hier die zählten das hat mich in keiner herunter box also von meinen augenblick winkel her habe aber ich auch hat viele gefunden was sind richtig er wollte ich gerade noch sagen aufpassen was zum teufel macht die da wenn ich das so ein bisschen nach unten ballern man merkt wie anfällig meine rüstung ist gegen magie muss ich mir echt ein gutes schmarsch ja ja lacht du nur ja damit hast du nicht gerechnet ist da noch einer ist der warte mal hier ist ja noch ein weg kichak kommt kichererbse ja ja komm du warte ich komme gleich dahin ich muss mich nur mal hier umschauen nur dass das hier auch so was besonders hier gibt da hinten eine truhe wo komme ich denn da hin jetzt den sprung schaffen probier's ich habe ja fast roll also müsste ich auch das schaffte es sogar jetzt sie ein normaler vorsichtig hier rüber laufe ein roter brocken ja schön auch jemand für unsere waffe gefunden feuer verstärkungen hast du nicht gesehen ist wo wir uns befinden so ortstechnisch wir anvisieren ob ich hier wieder aber kommt auch nicht aber egal naja lacht du nur wieso wieso ich komme gleich dahin keine sorge die sorge ich weiß jetzt, wie ich da hochkomme komm jetzt wieder hoch jaja kicher du nur komm jetzt dahin dann gibt's auf die rühre gleich bei dir keine sorge schatze warte mal gerade ja sind ausseheblich doch bei jahren gekommen war ich wollte doch nur ich sehe schon die truhe manchmal verstehe ich die hitbox noch manchmal hier nicht so ganz so naja immer kurz noch umschauen in die kette die ist ja ganz komisch meine meinung nach hatte ich doch recht gehabt ein wappenschlüssel gebrauchen ich will jetzt nicht so vereidig sein auch hier oben habe ich doch die nette hier dann übergezwackt und ihr unterdacht kommt verheiftig nach unten schreiten da das spiel macht schon ein bisschen das spiel so leicht creepy muss ich schon sagen was passiert kann ich jetzt hier runter putsch ich hier ab nein kann ich da drauf nein kann ich wirklich nicht da drauf dann brauche ich auch nicht hier oben langlaufen wenn jetzt da oben was zu finden ist dann bin ich set hoffe es mal das ist der weg wo ich normalerweise gekommen wäre schauen wir mal hier rein ja hier waren wir schon aber übel hier wie das auszieht man merkt hier finsternis übrigkeiten die stadt hier untergeht die kann man ja wie kommt man wieder zurück finde ich nice zuerst eine abkürzung wieder finde ich cool setze ich jetzt auch direkt aus um meine flasche wieder aufzufüllen oh ich sehe ich habe schon wieder eine menschlichkeit gekriegt wo habe ich die denn her mach und ich wissen genau habe ich wenigstens keine menschlichkeit wir holen obwohl ich weiß nicht das war jetzt ganz dumm von mir gewesen fast und tschüss also wenn die mir jetzt gefolgt sind muss ich mich jetzt gleich nicht wieder neu sehen kriege dass ich mich jetzt nicht mehr unterschätzt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber sehr unterschätzt gerade. Ich hätte auch eigentlich die Menschlichkeit wiederholen können, aber ich war mir jetzt unsicher. Ich bin mir jetzt da ein bisschen unsicher, ob ich da gut schneller hinkomme. Ja, ich werde fast hier runtergeplumpst. Warte, mir aber Nerv geht. Ich bin jetzt auch schon sicher vor dem magischen Scheiß. Ja, lacht dir mal nur. Geh mir bitte aus den... Ach, geh weg. Ich gucke mal. Warten wir, er castet von euch. Eine geht sich als zurück, okay. Donne von dir. Du hast mich dadurch nicht richtig geht jetzt. Okay. Mal was getroppt. Du musst es scherben. Ah, das ist cool. Irgendwas sitzt da hinten. Was ist das? Woa, woa, woa. Woa, woa. Woa, woa. Eine ganz andere Art von Waffe. Okay. Kettengamaschen. Okay. Waffeln doppelt, aber gut. Okay. Muss man ganz ehrlich sagen. Interessant. Aber guck mal, man sieht ja auch hier, die haben die Beschwörerstäbe an der Hand. Weiter geht's hier tief in den Abgrund hinein. Können wir uns dadurch hier ein bisschen von Etorias Rüstung was daraus vielleicht wissen holen. Es ist ein Tod ihres Trägers verboten. Sie ist von der Finsternis des Abgrunds der Fresse und ihr blauer Umhang einst ein rumes Zeichen ist nunmehr an Moderich und verfault. Oh, wusste nicht, dass er hier besetzt ist. Aber wenigstens danke, dass du mir vorgewärmt hast. Man, wir gehen ja immer tiefer. Geräusche. Da hinten diese roten Augen von den... Ne, das ist ein Leuchtfeuer. So, ich schaue jetzt mal gerade so auf meinen Part. Aber ich glaube, hier wäre ein guter Zeitpunkt. Um einen Schnitt zu machen, würde ich sagen, bis zum nächsten Part von Dark Souls Remastered. Apropos, ich grüße meine Menschlichkeit und hoffe ich sie dem Feuer. Bis dann. O O O —